Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch alle Locations von den Fortnite Challenges zeigen, die es ja zur Zeit gibt, die ganze Season 9 noch. Ich beginne mit der Herausforderung Nummer 13. Dafür muss man nämlich, oder die Challenge ist, zu finden in Fatal Fields. Und die Location werde ich euch gleich zeigen. Ich bin jetzt ein bisschen tief, was ein bisschen unpraktisch ist. Ähm, ja, wenn ihr auf jeden Fall in Zukunft keine der Fortnite Challenges verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abonnenten, ein Like da. Wäre auf jeden Fall nice und würde mir auch zeigen, dass euch die, ähm, die Challenges gefallen. Ähm, ja, ich werde euch alle zeigen, die es bisher jetzt hier drin gibt. Die erste, äh, für die erste muss man ins Main Building gehen. Und dort dann auf die mittlere Etage gehen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht sterbe. Das wäre unpraktisch. Äh, so. Ich gehe auch mal nicht davon aus. Ja. Ja, einmal in der Ecke. Achso, sorry, Nummer 24 war es nicht Nummer 13. Auf jeden Fall hier in der Ecke, ähm, im hinteren Eck, äh, da, äh, oben. Hier, äh, wenn man im Prinzip aufs große Feld und auf die, äh, Luftkanne rauf guckt, hier zwischen den beiden Schreibtischen, dort ist er zu finden. Das ist auf jeden Fall mit dem Fortbyte. So, äh, ja, ich, äh, ich switch jetzt zum nächsten Fortbyte, ähm, damit ihr die Challenges auch möglichst schnell machen, äh, könnt. Und dort werden wir uns dann gleich wiedersehen. Bis gleich. Das zweite Fortbyte, und zwar Fortbyte 47, äh, die sind jetzt nicht in der Reihenfolge sortiert, wie die online gekommen sind oder so. Aber auf jeden Fall für Fortbyte 47, die Challenge dazu ist Suche zwischen einem Piratenlager, zwischen einem abgestützten, äh, Bus und einem Neustartbus. Äh, muss man hier in die, äh, links von Lazy Lagoon hin und zwar ungefähr da so am Weg im Prinzip, das heißt, da ist ja der Piratenlager, da ist der Bus und da ist irgendwo, ähm, der Neustartbus. Dann muss man da unten hin, links von Lazy Lagoon und da unten sieht man es auch schon im Prinzip hier bei der Kreuzung, also wenn das so nimmt, so auf halber Strecke zwischen den Piratenlager. Und der Biegung vom, ähm, Windkanal findet man hier auf jeden Fall am Boden, hier treffen sich auch viele Wege, ähm, genau. Einsammeln und dann ist die zweite Challenge auch schon abgeschlossen. Nummer 13, ähm, muss man, äh, laut Challenge, was natürlich relativ schwierig wird, ähm, zu finden, äh, an einem Ort zu finden, der irgendwo in Ladebildschirm 2 verraten wird. Ladebildschirm 2, ich weiß gar nicht, ob es den, äh, die Frage ist, was er eben halt mit Ladebildschirm 2 gemeint ist. Auf jeden Fall, äh, muss man in die Wüstenregion gehen und dann unter Paradise Pumps einmal hier verfolgen. Da wo die Dinosaurier, äh, sind die drei Stück, äh, da ist hier so eine kleine Hütte, hier im Prinzip neben Banditenstadt, äh, zwischen Banditenstadt und, äh, hier Junk Junction 2.0. Ist hier hier eine kleine Hütte mit drei Dinosauriern und dann hat man hier hinten eine Toilette, wo man dann, ähm, nur das Ganze abbauen muss. Und dann kann man das hier einsammeln. Das sind natürlich nicht die einzigen Challenges, die man machen muss. Es gibt natürlich auch noch, äh, Challenges. Guck mal, Ehrenmann. Guck, kurz gefinisht. Äh, es gibt ja noch Challenges wie, ähm, Sammle-EP, ähm, Battle Pass Stufe 40, äh, 60, 80, 100, äh, verschiedene Herausforderungen abschließen, Duo-Teams, ähm, Plätze erreichen. Ja, das sind eben halt die Challenges, die man jetzt nicht unbedingt, ich glaub, da weiß jeder so ungefähr, was man machen muss. Äh, für die einzelnen Wochen wird's ab Woche zwei dann auch wieder Videos dazu geben. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ich würd sagen, wir switchen direkt drüber zu, äh, Fortbyte Nummer vier. Der nächste Fortbyte, äh, ist zu finden hier am Vulkan, ähm, und zwar am Lavafall. Das heißt nicht in Pressure Plant drin, sondern im Prinzip da, wo wirklich noch Lava ist. Nämlich einmal hier oben. Ich hoffe, das sind Ehremänner, äh, hier unten sind die auch schon. Und da sieht man's auch, das Fortbyte, ähm, sehen hier alle auf jeden Fall ziemlich ehremannhaft aus. Außer auf jeden Fall brauchen wir hier das Rocklove Spray. Äh, da ist die Mode Slots. Was ist das? Hilfe. Da, genau. Steinige Liebe, ähm, müsste ich hier einmal hinsprayen. Und dann könnt ihr das auch einsammeln. Fortbyte 92 ist ja auf jeden Fall Ehremann. Ich kann mich abkommen. Ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt kommt, glaub ich, noch zwei Fortbytes. Der vorletzter Fortbyte, den es, äh, zur Zeit finden gibt, ähm, ist hier in Haunted Hills. Ähm, die Challenge ist auch zu finden in Haunted Hills. Ich denke mal, die werden hier alle das suchen. Hoffentlich sind das hauptsächlich Ehremänner, denn sonst, äh, wäre das doof. Und zwar muss man hier eben halt bei dem kleinen Häuschen sein, da wo auch schon so viele reingeflogen sind. Und hier im Nordosten von Haunted Hills. Und dann muss man einmal hier hinten rein. Kann das finden. Der letzte Fortbyte ist nur zugänglich als Sentinel Skin. Also aus, äh, als Level 1 Skin des Battle Passes. Ehm, dieser Roboter. Ich denke, man sollte es so ziemlich wieder haben. Da muss man auf einer eisigen Insel suchen. Und zwar die, die er im Westen liebt, die linke Insel, die etwas kleinere Insel, die ohne Haus und ohne Bunker. Ähm, die ist hier auch mit, äh, zwei, ähm, Seilbahnen und drei Seilbahnen verbunden. Und dann hier unten im Süden ist auch das Ganze zu finden. Nummer 36, letzter für heute. Das war's dann auch schon mit den ganzen Fortby Challenges. In den nächsten Tagen werde ich immer, äh, jetzt möglichst pünktlich die Challenges, äh, dann euch zeigen. Ja, ich hoffe, ihr schaltet dort dann auch wieder ein. Und bis dahin. Ciao.